Berge und Täler, Städte und kleine Ortschaften, Hotels und öffentliche Einrichtungen, Produktionshallen und Wellnessbereiche und und und. Die junge Salzburger Firma G-Pix 360 ist wirklich überall zu Hause. Möglich macht dies ein absolut innovatives System, das Ihnen die reale Welt ins Wohnzimmer liefern kann. Zu jeder Zeit und an jedem Ort umfassende Informationen erhalten. Das ist es, was viele Menschen heutzutage wollen. Die junge Salzburger Firma G-Pix 360 ist diesem Trend gefolgt und hat ein System entwickelt, das weit über langweilige Kartendarstellungen, starre Panoramafotos und dergleichen hinausgeht. Das Zauberwort georeferenzierte Visualisierungen. Erzeugt werden diese ortsgenauen Visualisierungen mit einem speziell entwickelten Datenaufbereitungssystem. Das Ergebnis sind dann mit Leben und Emotion gefüllte Informationsvideos. Ja, es ist im weitesten Sinne ein Web-Marketing-Tool. Es ist etwas, was man sich im Internet anschauen kann. Es werden Routen verfilmt, das können Wanderrouten sein. Das kann aber auch eine Route, eine vorgegebene Route oder eine Strecke sein durch einen Flughafen. Es kann auch eine Visualisierung eines produzierenden Unternehmens sein. Das ist völlig egal. Man kann sich im Internet diese Strecke anschauen, die wir erzeugen und kann an jedem Punkt sich rundherum schauen oder an jedem Punkt ein Video nach vorne oder nach hinten starten. Die G-Pix 360 Videos geben die Realität eins zu eins wieder. Das Beste daran, der User bestimmt selbst, was genau er machen will. Es ist ein Informationstool, aber das wesentlich Interessantere ist, es ist eine Kombination aus Information und Entertaining. Leute wollen auch ein bisschen entertained werden. YouTube zeigt das vor, aber nur durch den Ablauf eines Videos. Und wir machen einfach eine Interaktion, die heißt, ein interaktives Video, eine Werksexkursion so zu erleben am Computer, wie man es selbst erleben würde, wenn man durch ein Werk oder irgendeine Strecke abwandert. Für den User bietet dieses System wirklich ungeahnte Möglichkeiten. Kann man doch von zu Hause aus verschiedenste Orte, Routen oder Einrichtungen auf einzigartige und absolut reale Art erkunden. In Hall in Tirol beispielsweise hat man den großen Nutzen dieses Systems erkannt und den historischen Stadtkern mit G-Pix 360 verfilmt. Die Erfahrungen waren wirklich toll. Die Gäste sind begeistert, die können in der Urlaubsvorbereitung schon die Stadt erfahren und sich die Häuser und die Gassen anschauen. Und speziell dann nach dem Urlaub ist es so eine tolle Sache, dass man sozusagen die Urlaubsmomente noch einmal erleben kann und durch die Gassen schlendern oder vielleicht zu Hause erzählen, da habe ich Kaffee getrunken oder da gibt es ein besonders schönes Haus und das macht es schon sehr speziell. Auch zahlreiche Gemeinden gehören mittlerweile zu den Kunden von G-Pix 360. Eine von ihnen ist Maria Pfarr im Lungau. Überzeugt bei dem Produkt hat man die technische Umsetzung, weil es glaube ich einmalig ist, dass man bewegtes Bild 360 Grad zu jeder Zeit und von jedem Platz sich anschauen kann. Dann die Kooperation war wunderbar und eingesetzt ist es worden für Präsentation von Wanderwegen, von Läupen, von Rodelbahnen im ganzen Gemeindegebiet. Dank dieser neuartigen 360-Grad-Videos bleibt nichts verborgen und man kann sich bereits in der Planung eines Ausfluges ein Bild über das Streckenprofil, die Straßenverhältnisse oder die Landschaft rundherum machen. Diese Vorteile machen sich mittlerweile auch zahlreiche Betriebe der Tourismusbranche zunutze, so wie etwa die St. Martin-Jalets im Lungau. Das Feedback ist sehr gut, weil wir brauchen nichts verstecken, wir können uns 360-Grad-Rundumblick leisten, wir haben nicht hinter dem Haus irgendeinen Zug oder sonst was. Und das ist eigentlich der große Vorteil, weil die Ehrlichkeit da glaube ich rauskommt, dass wir uns nicht schämen brauchen, uns zu zeigen. An jedem Punkt anhalten können, einen Rundumblick genießen und dann wieder weiter oder auch zurückgehen zu können. Das ist das absolut innovative am GPX 360-System. Ein Vorteil, der auch die Verantwortlichen der Salzburg Wohnbau überzeugt hat. In der Kombination, wie GPX 360 dieses Tool anbietet, habe ich es vorher am Markt nicht gesehen. Es gibt im Immobilienmarkt sehr viele Produkte, die sozusagen virtuell das Gebäude, die Wohnung, die Einrichtung der Wohnung darstellen. Da gibt es viele Produkte. Aber diese Information zu kombinieren, auch mit Informationen, nämlich Real-Time-Informationen, wenn man so will, aus der Umgebung, wo ich mir ein Bild machen kann, wie schaut die Umgebung, wo ich dann hinziehe, dann tatsächlich aus. So ein Produkt gibt es am Markt nicht. Die Salzburger Firma GPX 360 ist wahrlich ein echter Trendsetter in Sachen interaktiver Geländevisualisierungen auf Video. Machen Sie sich am besten selbst ein Bild und holen Sie sich die schönsten und interessantesten Plätze mitten in Ihr Wohnzimmer.